Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat den bisher höchsten Wert an Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Die Mitgliedsländer haben innerhalb eines Tages mehr als 212.000 Fälle gemeldet. Die meisten Neuansteckungen gab es auf dem amerikanischen Kontinent, vor allem in den USA und in Brasilien. Die WHO spricht nicht von einer zweiten Welle, sondern von einem zweiten Höhepunkt der ersten Welle. Wie sieht es in Deutschland aus? Wir schauen auf die aktuellen Corona-Zahlen hierzulande. Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut seit gestern 239 neue Infektionsfälle gemeldet. Damit gibt es derzeit bundesweit rund 5.600 Infizierte. Die Zahl der an oder mit Covid-19 gestorbenen Menschen ist auf 9.012 angestiegen. Der Reproduktionsfaktor liegt im Moment laut RKI bei 0,93.